Hallo, schönen guten Tag zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform, basisdemokratische Talkshow sozusagen. Und dazu blende ich gleich einmal die erste Präsentation dafür passend ein. Jetzt präsentieren. Moment, so. Und jetzt könntet ihr gleich was sehen. Seht ihr das? Es geht auch darum, überhaupt Parteien. Ich begrüße also Herrn Wagner und Herrn Eckenberger vom Orga-Team der FRAG-Partei, freie Argumente-Kulturpartei. Also das ähnelt unserem Demokratie-Pur-Konzept, weil wir überall das Problem haben in der Politik, dass Experten und Ideengeber und Argumente oft ausgesondert werden, ohne sie richtig gehört zu haben und dadurch Parteien eigentlich immer um die gleichen Ideen kreisen und niemals neue Ideen zur Kenntnis nehmen, sozusagen. Und von daher geht es heute eben darum, Parteimitglieder und WählerInnen befragen Experten, Reformer zu besseren Reformen, die bis zu 56 Prozent bringen können. Herr Professor Löhr wird am Samstag mit als Experte in den Ring steigen. Heute sieht er sich eher mal in der fragenden Position auch als Bürger und Wähler. Und ja, vielleicht fangen wir genau so an. Herr Professor Löhr, vielleicht haben Sie eine erste Frage. Und Sie können auch zur Politik, Sie können jetzt alles sagen, zwei Minuten lang, bis ich dann winke. Und vielleicht am Ende des Winkens sollte dann die Frage an mich sein als Vertreter vom Weltrat. Also ich bin ja Assistent des Weltrates, ehrenamtlicher Assistent Weltrat und nextscientistsforfuture.de. Wer übrigens mag, kann in den Chat auch mal bei Gelegenheit seine Homepage schreiben. Das können wir dann, vielleicht kann ich versuchen, ob wir das einblenden können, sodass das die Zuschauer sehen. Ich bin da nicht sicher, aber ich glaube, das könnte uns gelingen. Wer möchte also, dass eine Homepage bekannt wird, das können wir versuchen. Wisst ihr, wo ihr den Chat findet? Oben. Ich versuche es mal mit der Maus zu zeigen. Seht ihr meine Maus? Ich hoffe, ihr seht meine Maus. Da oben ist etwas, wo man Chat anklicken kann. Und das könnte ich dann versuchen, wenn ihr das nachher sagt, dass ich das mal versuche, öffentlich zu machen. Ob es jetzt gelingt, weiß ich nicht. Ah, also zumindest hier geht es. Ich kann es den Außenzuschauern, kann ich es mitteilen. Ich frage mich nur, warum ich hier sechs Personen habe. Na ja, das zeigt falsch an. Also, jetzt mache ich den Chat wieder zu. Also ich kann den Fernsehzuschauern, draußen kann ich Ihnen eure Chatnachrichten zeigen. Ja, das geht. Offensichtlich. Ich zeige es nochmal kurz. Ja. Ah ja, da sieht man. Ich lese mal vor. Also, Herr Eckenberger hat den Link reingebracht, weil es ein bisschen klein geschrieben ist. Morgenheut.wordpress.com Also, wie man es spricht. Morgenheut, ein Wort, .wordpress.com Herr Wagner hat reingeschrieben, global-love.eu und https t.me, das ist wohl Telegram, Schrägstrich, öff, öff, geschrieben mit oe und zwei f jeweils, direkt hintereinander, o f und o f. Dann haben wir das auch mit oe ff, o e ff, bei Telegram. Dann haben wir das abgehakt. Die Zuschauer haben es jetzt also sehen können und ich habe es nochmal vorgelesen. So, und jetzt beginnen wir mit der ersten Frage von Herrn Professor Löhr. Also, wenn Sie Lust haben, einfach mal fragen, was hat der Weltrat für ein sensationelles Wahlprogramm, das in einer simulierten Bundestagswahl 56% gebracht hat und begeisterte Wählerstimmen gebracht hat. Und das möchte nämlich diese, der Weltrat hat die Funktion, das zum Beispiel an eine neue Partei zu übertragen, dieses 56% Potenzial. Ja, Herr Professor Löhr, falls Sie irgendeine Frage haben, jetzt können Sie sprechen und ich versuche, mein Mikrofon mal auszuschalten. Ja, mich würde interessieren, Herr Wagner und Herr Heckenberger, was für wirtschaftspolitische Vorstellungen haben Sie? Also, ich bin Ökonom, von daher muss ich das fragen. Ja, die Frage, das war ja kurz jetzt, ne? Also, unser Anliegen ist, ich gehe mal auf die DIA-Show. Ich wähle mal, unsere ganze Wirtschaftspolitik geht davon aus, Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Volkswirt Deutschlands. Wir beschäftigen uns mit den Wirtschaftsweisen, Professor Achim Truger zum Beispiel, von den Wirtschaftsweisen, ein relativ gewerkschaftsnaher Vertreter der Wirtschaftsweisen. Und sehen da ein Defizit. Und deswegen sprechen wir bei uns von der neuen, echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL. Und zwar sehen wir, dass im Mainstream unserer Gesellschaft die Evolution so verlaufen ist, dass letztendlich der Journalist und der Politiker, der von vornherein der Meinung war, dass Unternehmen wie die Pharmakonzerne zum Beispiel uns immer gut tun, dass alles, was sie machen, engelsgleich, segensreich sei. Deswegen hier auf dem Bild, also der kooperative Anteil. Man unterstellt also dann, dass alles wahrheitsgemäß ist, dass es keine Irrtümer sind, auch keine kriminellen Lügen vorkommen, sozusagen. Ich hoffe, man sieht die Maus. Ach nee, ich kann die Maus noch größer machen hier. Jetzt ist, glaube ich, die Maus deutlich größer, auch für die Zuschauer. Dass also diese Unterstellung daherkommt, dass man natürlich die größte Karriere als Journalist gemacht hat und als Politiker, wenn man eigentlich nie in Konflikt zu den großen Konzernen gegangen ist. Und daraus resultiert, dass man zum Beispiel die Kunden, die Werbespots im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schalten, zum Beispiel nicht verärgert durch kritische Äußerungen. Das ist der Vorteil. Deswegen sprechen wir dann von VIs, vorteilbringenden Irrtümern. Also Politiker, die die Konzerne niemals kritisieren, niemals kritische Gedanken haben, werden belohnt durch Parteispenden, durch Jobs nach der politischen Karriere, durch gut bezahlte Vortragsaufträge und so weiter. Und so kommt es zu einer ganzen Masse an Belohnungen, wenn man niemals einen kritischen Gedanken über einen Konzern äußert oder eine Firma äußert. Und das führt dazu, dass wir im Mainstream eigentlich eine unrealistische Unterstellung haben. Es gebe nur den kooperativen Anteil. Alle Firmen seien Engel. Es gebe niemals Tendenzen der Pharmaindustrie, Tablettensucht zu erzeugen. Es gebe eigentlich die Opioid-Krise, darf es dann eigentlich gar nicht geben, weil die Opioid-Krise ja bedeutet hat, dass angeblich 200.000 Menschen durch einen Pharmakonzern in Richtung Tode gebracht seien in den USA um des Profitus willen. Und deswegen, jetzt bin ich gleich am Ende, weil meine Zeit jetzt auch schon abläuft, dass wir eben sagen, es gibt durchaus auch kriminelle Lügen in der Wirtschaft und es gibt auch Irrtümer aufgrund, der die Wirtschaft glaubt, dass jemand, der uns Zucker verkauft, dass er wirklich glaubt, das sei gesund für uns. Und diesen Anteil müssen wir im Wirtschaftssystem stoppen, denn der ist gewaltig aus unserer Sicht. Und zwar durch das Setzen gezielter und gekonntes Setzen positiver Anreize, sozusagen die Wirtschaft regelrecht und die Politiker zwingen in den Dienst der Bürger. Erstmal so viel, das ist der Grundgedanke. Positive Anreize, positive Belohnungen zu setzen der Wirtschaft. Wenn mein Leben gemessbar, gesünder, länger, reicher und glücklicher geworden ist, gibt es mehr Profite für die Wirtschaftskonzerne, mit denen ich zu tun habe, bei denen ich einkaufe, in deren Restaurantkette ich gehe, in deren Kioske ich eventuell gehe und zu dem Hausarzt, zu dem ich gehe. Jeder Teil der Wirtschaft wird belohnt, je besser es mir geht. Das ist neu. Ja, Herr Professor Löhe, was sagen Sie zu dieser Antwort? Ist das ein interessanter Gedanke für Sie als erstes? Der Gedanke ist sicherlich interessant. Die Frage ist für mich auch ganz konkret, wenn beispielsweise die Industrie Zucker in ihre Produkte mischt, wie wollen Sie das über positive Anreize dann ganz konkret? Beispielsweise reden, dass das nicht mehr passiert. Ja, Herr Wagner und Herr Eckenberger, sind Sie einverstanden, dass wir Herr Professor Löhes Frage da vorziehen? Ja, bitte mal nicken oder nicht nicken. Was? Der Reihenfolge nach? Ah, Herr Wagner besteht auf der Reihenfolge. Dann diese Frage, das werde ich dann gleich als nachher dann beantworten, wenn es um die Zuckerfrage geht, wie man das technisch macht. Und jetzt wäre die nächste Frage in der Fragerunde, Herr Wagner, sich zu äußern. Ja, ich möchte die Frage von Herrn Löhr aufgreifen. Was wird zur Wirtschaft gesagt? Also in der Fragpartei nichts. Denn die Fragpartei besagt, dass erst einmal das Primat des Politischen wieder gewährleistet werden muss, dass also die Wirtschaft nicht über das politische Entscheiden bestimmt in irgendeiner Form, sondern dass nicht das Portemonnaie, sondern das gemeinsame Nachdenken und die Sinnplanung der Menschen die Grundlage ist für politische Steuerung. Das heißt, der bestimmende Einfluss des Wirtschaftlichen auf die Politik muss beendet werden. Stattdessen ist es so, dass Politik erst wieder in ihrem eigentlichen Sinne verwirklicht werden muss. Und das heißt, dass die Menschen als denkende, planende, gemeinsam entscheidende Wesen das Steuerruder des gesellschaftlichen Geschehens übernehmen und gestalten. Und der einzige Inhalt der Fragpartei ist deshalb am Anfang auch kein festgelegter wirtschaftlicher Gesichtspunkt, sondern die Fragpartei sagt, wir schaffen den Rahmen, dass alle Argumente und Standpunkte und Expertenmeinungen miteinander sichtbar werden, vergleichbar werden und nach Argumentequalität beurteilt werden können. Das entspricht dem gesellschaftlichen Ideal, eigentlich allgemein anerkannten Ideal des Beutelsbacher Konsenses. Das erkläre ich jetzt bei dieser Runde erstmal nicht, sondern verweise nur darauf. Jedenfalls besagt das so viel wie freie Wahl für freie Bürger, dass nicht irgendwelche Vormünder da Ausfilterungen oder irgendwas vorzunehmen haben, sondern dass alle Wahlalternativen den Wählern frei sichtbar gemacht werden müssen und die Wähler entscheiden. Man kann versuchen, sie mit Argumenten zu überzeugen, was davon eher richtig ist oder weniger richtig ist. Aber das ist auch alles. Es gibt keine anderen Selektionsmaßnahmen, die zulässig wären. Also der erste Gesichtspunkt ist, alle Argumente kommen auf den Tisch und der zweite Gesichtspunkt wäre, dass es wirklich nach Argumentequalität gehen soll. Also was sind die besten Gemeinwohlerargumente, könnte man sagen, statt Korruptionseinflüssen. Und da wissen wir eben, dass genau das dann der zentrale Punkt wäre. Also ich behaupte mal frech, wir brauchen uns dann gar nicht zu viel Gedanken machen über die Qualität von Argumenten, weil 98% des Geschehens in der weltweiten Politik ist korruptionsverzerrt. Und alleine diesen Punkt dann auszuräumen, also indem so eine Plattform, also eine Übersichts- und Auswahlplattform, die die Frag-Partei einrichten würde, wir nennen das eben freie Argumente, Plattform oder Frag-Plattform. Diese Plattform hätte neben dem Gesichtspunkt, dass alles sichtbar wird, den zweiten Gesichtspunkt so gut wie möglich Korruptionseinflüsse rauszuhalten oder auszuschalten. Und wie groß die Aufgabe ist, das will ich nur zum Schluss noch damit vergegenwärtigen, dass nach 30 Jahren, die ich auch zu den Bildungsexperten gehe, gegangen bin, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, transformatives Lernen und was es da so alles gibt, und ich habe überall gefragt, kennen Sie eine einzige Plattform, die diese beiden Ansprüche erfüllen wollte, alle Argumente sichtbar und dann möglichst nach Argumente Qualität statt Korruptionseinflüssen. Und ich bekam immer die Antwort, nein, wir kennen keine solche Plattform oder keine Initiative, die sich darum müht. Und ich sage, das ist das Entscheidende, was jetzt geschaffen werden muss und dann kann man über alles andere reden. Und wir sind dabei, mit irgendeiner Partei zu fusionieren oder irgendeiner Organisation, die das ernsthaft jetzt als grundlegende Weichenumstellung durchführen will. Und der Rest wird sich ergeben aus der gemeinsamen Entscheidung der Basis auf Grundlage so einer Argumentenübersicht. Ja, vielen Dank. Darf ich das als Moderator mal so zusammenfassen? Das, was wir hier praktizieren, ist ja eigentlich FRAC. Nur, dass jetzt zum Beispiel wir, zum Beispiel, wenn wir jetzt drei, vier Experten hätten, ja, und dann die Parteimitglieder, die Experten befragen und eben diese Liste der Experten nicht durch einzelne Personen zensiert wird und dadurch eine Art der Diktatur, nämlich der Ideendiktatur stattfindet, sondern dass eine vollständige Offenheit ist, eben auch nächsten Samstag das Konzept von Herrn Professor Löhr genauso wie das aller anderen zu hören und dann nur nach Argumentequalität. Und ich darf es nochmal so sagen, was ich mir eigentlich irgendwann wünsche, wozu die Sendungen allerdings viel größer werden müssten, ist, wenn wir dann noch sowas hätten wie eine repräsentative Wählerstichprobe als Zuschauer oder eine Parteibasis, die ungefähr einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen möge und die dann darüber abstimmt, zum Beispiel von wem auch nach den ersten Eindrücken, nach den ersten Runden, von wem würden sie eher am liebsten regiert werden und dass dann diese zum Beispiel drei Extraminuten bekommen könnten, wie das in unserem Demokratie-Pur-Kontext vorgeschrieben ist. Denn man kann natürlich nicht unendlich lange, unendlich viele Experten, ohne eine irgendwann stattfindende Wahl sozusagen, man kann das natürlich nicht ohne Wahlvorgänge, mit denen man etwas reduziert, kann man das natürlich auf Dauer nicht machen, sonst müsste man am Ende vielleicht 20 Experten unendlich lange und immer wieder anhören und könnte ja nie zu einer Entscheidung kommen. Also braucht es auch diese Zwischenwahlvorgänge. Kann man das so zusammenfassen? Bitte nochmal öff-öff-nicken, falls das so halbwegs richtig war. Es spricht auch Aspekte an, die da mit von Bedeutung sind. Ja, gut, dann jetzt Herr Eckenberger, Ihre erste Runde. Ja, Dankeschön. Also so viel habe ich eigentlich zu sagen, außer dass ich auch das Prinzip der Nächste und die Momente genial finde, erstaunlich und verständlich, dass es bisher nicht so weit verbreitet ist und dass ich einfach nur darauf renne, jetzt die Argumente gegenseitig im Tanz zu erleben und auch natürlich sehr neugierig bin, welche Struktur dann letzten Endes vom Arbeiten zu arbeiten entsteht, wie wer entscheidet, was das beste Argument ist, wie viel Zeit hat man um Rechenrechen, wie stellt man sich sicher, dass die Meinungsbewegung gegeben ist. Aber ja, also ich finde es toll, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und wenn jetzt noch andere Fragen wieder sind, gehe ich gerne auf einen. Ansonsten stelle ich mich wieder aus. Danke. Und vielleicht jetzt eine eigene Frage zu irgendeinem Bereich, der wirklich persönlich interessiert. So wie ist das Konzept des Weltrates, Ihr Leben, Herr Eckenberger, ganz persönlich glücklicher zu machen, in dem und dem Bereich zum Beispiel, im Bereich XY. Wenn Sie da noch eine konkrete Frage hätten, Sie haben noch 45 Sekunden Zeit, eine Frage auch zu formulieren. Ja, danke, so gesehen würde ich mich natürlich interessieren. Also das ist jetzt nicht ganz, was ich dir vorstelle. Ach so, aber kurz zur Unterbrechung, auf Wiedersehen. Ja, Herr Professor Löhr schafft es, ist dann nächsten Samstag als Experte, steht er uns zur Verfügung weiterhin. Heute ist er ja, er muss für morgen was Berufliches machen. Also jetzt noch mal bitte die Frage. Noch mal die Frage. Ja, so gesehen frage ich mich natürlich, was die nächsten Schritte werden. Sie haben gesagt, dass in dieser Beispielswahl hat der Weltrat 56 Prozent ergattert. Und es wäre natürlich faszinierend, dass möglichst vielen oder allen Menschen so eine Wahl machen. Ganz kurz müssen wir uns um die Technik kümmern. Warum höre ich nur Echo? Ich höre jetzt hier nur Echo. Hört ihr ganz normal den Herrn Eckenberger? Ja. Ganz normal? Ja, also es wackelt manchmal etwas. Gibt es da eine Möglichkeit, näher ans Mikro zu gehen? Also, etwas Möglichkeit gibt es, ja. Ich kann auch ganz alt nehmen. Ist erheblich besser. Und wenn man dann jetzt nicht viel wackelt und das Ganze ruhig bleibt, dann ergibt es die besten Tun. Ja, also bitte so nah wie möglich rangehen. Ich hatte nämlich nur Echo. Okay. Ja. Soll ich es mal wiederholen? Ja. Ja. Also ich, es gab ja scheinbar eine Testwahl, wo 56 Prozent die Ideen des Weltrats so beeindruckend fanden. Und mich würde quasi interessieren, wenn es nach dem Weltrat ginge, wie, wie, wie wären die nächsten Schritte? Ja. Die nächsten Schritte sind, ich mache erst mal die Präsentation auf. So. Ich mache das mal hier auf. Na. Ist es jetzt gut zu sehen? Bitte nicken. Ja. Also. Wie setzt man positive Anreize? Wie löst man das Zuckerproblem? Hat ja Professor Löhr noch gefragt. Ja. Ich gehe zur Zeit einkaufen als Mensch bei Aldi, Rewe und Allnatura überwiegend. Ganz selten auf dem Wochenmarkt und auf anderen Märkten. Ich gehe nie in Restaurants und ich kaufe ab und zu bei, am Sonntag kaufe ich immer eine Kleinigkeit beim Kiosk. Weil ich nämlich jeden Tag nur einmal einkaufe und nur einmal esse. Ich muss meine Uhr anstellen. Sekunde. Hatte ich vergessen. Und das würde jetzt zum Beispiel durch die allgemeinen Messgrößen früher Steuerungselemente genannt. Seht ihr die Maus? Ja. Und da haben wir eben allgemeine Messgrößen und spezielle. Zum Beispiel beim Arbeitsamt würde der Mitarbeiter des Arbeitsamtes sozusagen als spezielle Messgröße kriegen. Zum Beispiel, wie viele Leute hat er in wie gut bezahlte Jobs untergebracht? Also nicht mehr. Er wird nicht mehr bezahlt fürs auf dem Sessel sitzen, sondern fürs rausgehen, die Leute mitnehmen, zu den Arbeitgebern gehen und unkonventionelle Deals abzuschließen, die am Ende zur Folge haben, dass der Dauerarbeitslose eine Chance bekommt. Und wenn auch dafür gezahlt werden muss, seitens des Etats, des Mitarbeiters, des Arbeitsamtes. Das sind spezielle Messgrößen. Und die allgemeinen Messgrößen sind zum Beispiel wären hier die Wohlfühlstimme als Wahlstimme würde uns Menschen, sie also auch zum Herrscher über die Politik und über die Konzerne machen. Weil ihr Wohlfühlen, wenn Rewe irgendwie das Wohlfühlen der Kunden verschlechtert, verglichen mit Alnatura, dann wird Rewe in den Ranglisten weit hinten landen. Die Kunden wandern ab von Rewe zu Alnatura und Rewe geht pleite. Und statt des, also die Wohlfühlstimme ist eine Möglichkeit, kein Zwang. Man muss, wir können auch mit anderen Techniken vorgehen. Aber eine andere Möglichkeit wäre die Gesundheitsaufwanderwartungskurve. Der tatsächliche Gesundheitsaufwand. Also das heißt, wenn die Leute, die bei Rewe einkaufen, typischerweise gesünder sich entwickeln als die Leute, die bei Alnatura einkaufen, dann gibt es entweder Pleite gehen oder überleben für die entsprechende Firma, für den Marktleiter. Es wird immer auf den Marktleiter bezogen, personenbezogen. Und beim Zucker ist es eben so, dass egal in welchem Markt ich Zuckerprodukte einkaufen würde, es gibt immer auch eine Herstellerkennung, eine Kennung des letzten Verantwortlichen. Und wenn jetzt viele Millionen Menschen bei einem bestimmten Haribo-Verantwortlichen oder einem anderen Zuckerproduktehersteller kaufen und danach gesundheitlich sich im Durchschnitt schlechter entwickeln als Kunden anderer Hersteller, dann geht eben irgendwann Haribo Pleite. und die Firmen mit den gesunden Produkten überleben. Ja, soviel zu meinem Beitrag. Allgemeine Messgrößen, spezielle Messgrößen und die Gesundheitsreform wäre das erste, mit dem wir beginnen würden. So, das nächste Mal, wenn ich rede, sollte ich meinen Lautsprecher leiser drehen. So, und jetzt ist, glaube ich, wieder der Herr Wagner dran. Sekunde, ich versuche mal mein Mikrofon. Ach so, ich habe festgestellt, dass wenn ich mein Mikrofon abschalte, dass es dann eher mehr Echos gibt als weniger. Also lasse ich es mal an. Aber Herr Wagner, jetzt bitte Ihr nächstes Statement. Statement und vielleicht eine Frage am Schluss. Ich glaube, es ist praktischer, wenn wir jetzt hier so als Orga-Team quasi ein Stück weit die Entwicklung in Richtung Fragpartei durchspielen. Wir haben ja schon im Vorfeld viele Fragestellungen und Problembereiche. Also ich will mal als wichtigstes zwei Aspekte kurz beleuchten. Ich meine, davon ab, Ihr wisst ja, wir sind ja unter uns jetzt hier im kleinen Kreis. Ich sehe meinen Schwerpunkt darin, weniger in solchen Talkshows dann als vielmehr in dem Forum, dem Weltleitungsforum auch, wo ja ein Experiment mit freier Argumente-Plattform geschehen soll. Also da, das dann gründlich darzustellen und ausnotbar zu machen. Aber zwei Fragestellungen sind, glaube ich, wichtig bei Fragpartei. Was ist eben Ihre zentrale Gestalt und wie kann sie die größtmögliche Wirksamkeit erreichen? Die zentrale Gestalt, das wäre eben, dass wir einerseits diese Grundkriterien der freien Argumentenkultur wirklich da deutlich betonen, dass das der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist. Also alle Argumente auf dem Tisch und es geht nach Argumente, Qualität statt Korruptionseinflüssen. Dass wir so etwas wie eine Klärungsplattform dann als ein zentrales Werkzeug ansehen. Und was mir ja ganz wichtig ist, dass auf einer solchen Plattform ein roter Bereich geschaffen wird, an dem keiner vorbeikommt, wo alles so deutlich sichtbar wird, wie im Krankenhaus der rote Knopf, wo man drauf drückt. Und bei freier Argumentenkultur wird da drauf gedrückt, wenn irgendeine Form nicht argumentativer Diskriminierung oder Manipulation erkannt wird oder man sich selbst auch als Opfer davon wahrnimmt. So, also das wäre zur Gestalt. Wir haben aber überlegt, ob man da was Eigenes macht, eine eigene Partei gründet oder fusioniert. Fusionieren wäre natürlich besser, weil man sollte möglichst kein Land neu erfinden, wo man auch ein vorhandenes Land schon verwenden kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir alles aufgreifen sollten, auch wenn keine der jetzt neu entstehenden Parteien dazu bereit ist, alles Vorhandene aufgreifen sollten, was sich mit uns schon deckt oder Schnittmengen hat. Und da sehe ich, dass vor allem das Prinzip des Beutelsbacher Konsenses in der Gesellschaft, der Politik, der politischen Bildung, dass das von zentraler Bedeutung ist. Und dann nur zum Letzten zur Wirksamkeit. Ich glaube, dass das eben auch ein Anknüpfungspunkt sein kann, mit dem wir eben auch Wirksamkeit erreichen, weil wir könnten auch vorhandene Bedeutungen und Strukturen mit Bezug nehmen, die wir für uns quasi mit einspannen können. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Verein auch pro Beutelsbacher Konsens. Da könnte man überlegen, ob zum Beispiel der auch mit verwendbar sein könnte. Ja, also da ganz kurz der Hinweis, dass es für die Zuschauer jetzt natürlich noch mal wichtiger wäre, einfach zu erfahren, was gibt es für neue Reformkonzepte. Aber ich fasse jetzt mal das Statement so weit zusammen, dass es das Wichtigste überhaupt ist. Und das können wir vom Weltrat und von den Next Scientists for Future als naturwissenschaftliche Denker nur zu tausend Prozent bestätigen, dass ohne eine freie Argumente Kultur alles nichts ist. Weil es läuft am Ende darauf hinaus, dass bei jeder Partei, egal ob sie basisdemokratische Partei heißt, am Ende zwei, drei, vier Leute als Diktatoren entscheiden, wie der Denkraum der Partei ist und damit die gesamte Linie der Partei entscheiden. Denn die Auswahl der Experten und dass man alle hört und nicht nur wenige hört, die den drei Personen am liebsten gefallen, sozusagen nachgefallen, das muss von der Parteibasis konsensiert werden, die hoffentlich einer repräsentativen Wählerstichprobe hoffentlich so nah wie möglich kommt. Und dass jetzt bei den Neuparteien schon wieder die Tendenz drin ist, dass höchstwahrscheinlich zwei, drei, vier Personen still und heimlich gesagt haben, das sind für uns Experten. Zum Beispiel eine Partei hat ungefähr zehn Experten aufgelistet. Das sind für uns Experten. Und dann haben natürlich wahrscheinlich, ohne dass die Parteibasis darüber konsensieren durfte, zwei, drei Leute sozusagen, zwei, drei Leute ihre Expertenliste gemacht und damit alles andere an Ideen, an Argumenten ausgesondert, von vornherein. Und das ist für mich Diktatur. Das ist die gleiche Diktatur, wenn man so sagt, die CDU sei eine Merkel-Partei, dass da im Prinzip nur gedacht werden darf, was ungefähr Merkels Linie ist und alle anderen Argumente gar nicht erst gehört werden. Genauso in der SPD, bei den Grünen und so weiter. Und genau das ist die entscheidende Erkenntnis, dass eine neue Partei anders sein muss. Sie muss sich eins zu eins der Frack, der freien Argumentenkultur verpflichten. Sie muss sich eins zu eins verpflichten, freie Argumentenkultur, Demokratie pur, echte Basisdemokratie als ungefähre Synonyme, müssen von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgehalten werden und nicht bei der ersten Kleinigkeit aufgegeben werden, indem dann drei, vier Leute diktatorisch verfügen, wer nicht gehört wird und wer gehört wird. Ja, Herr Eckenberger, vielleicht jetzt aber auch, da wir das mit der Frack als selbstverständlich jetzt akzeptiert haben, vielleicht jetzt noch mal, wir können ja die Sendung dann auch verkürzen und können dann, aber sind denn noch irgendwelche Fragen, was zum Beispiel zum Thema Kommunenleben, die die nextscientistsforfuture.de beizutragen haben, zum Beispiel oder so. Herr Eckenberger, Sie haben das Wort. Ja, danke. Also mir ging das gerade gar nicht direkt um die Scientists, sondern, dass Sie haben jetzt von Konsensieren. Bitte viel näher ans Mikro, ich höre Sie ganz schlecht. Okay, Sie haben jetzt das Wort Konsensieren benutzt und jetzt ist natürlich eine interessante Frage, Partei, Demokratie, geht es jetzt um irgendwelche Mehrheiten, geht es um systemisches Konsensieren oder geht es wirklich darum, einen Konsens, und bei wie vielen mitdenkenden, sprechenden, diskutierenden Menschen ist ein Konsens realistisch? Wie viel Zeit schwebt uns vor? Wollen wir mit wie vielen Menschen aufwenden, um einen Konsens zu kriegen? Solche Details interessieren mich gerade sehr, aber wenn Ihnen eine andere Struktur vorschwebt, ich bin jetzt nicht sehr festgefahren auf meinen Besse. Also ich versuche mal, mir das Einfachste zu denken, was geht. Also der Weltrat und die Next Scientists for Future haben ja schon ein riesiges Spektrum an neuen Reformkonzepten und so weiter. Wenn man dann noch so vier, fünf andere Experten hätte, und immer wieder neue hört und so weiter, die also sozusagen möglichst das ganze Spektrum der Konzepte abbilden, dann müsste man nicht hunderte von Experten hören. Zum Beispiel wir, das, was Professor Hans-Werner Sinn sagt oder Professor Truger sagt oder auch die Matriarchatsforschung von Dr. Heide Götter Abendrot und Ottmar Lothoff sagt, was der Präsident des Patientenverbandes über die Gesundheitsreform sagt, das fasst ja eigentlich der Weltrat zusammen in gewisser Hinsicht. Es bräuchte jetzt eigentlich nur Reformer, die uns auch dann widersprechen und Kontra geben, damit eben dann wirklich sozusagen die Parteibasis wieder die Möglichkeit hat, systematisch zu konsensieren oder abzustimmen, was auch immer, damit es am Ende nicht fünf verschiedene Parteiprogramme sind, sondern am Ende eins übrig bleibt, weil über jede einzelne Reform konsensiert wurde sozusagen. Und zwar so nach dem Motto Vorschlag fünf, wie viele Punkte sozusagen, ich glaube zehn ist der höchste Widerstand, eins ist der geringste Widerstand, wie viele Punkte hat der Vorschlag des fünften Reformers, dann des vierten Reformers, dann des dritten Reformers, dann des zweiten und des ersten. Und dass man da gar nicht ersticken muss mit einer unendlichen Vielfalt, sondern es wird mit der Zeit auf eine kleine Gruppe von Experten hinauslaufen, weil alle anderen dann sagen, ja unser Konzept ist eigentlich so ähnlich wie das. Also sozusagen nichts Neues mehr haben. Ich darf es vielleicht an dem Punkt noch zusammenfassen. Zum Beispiel gibt es sehr viele Konzepte, die fußen eigentlich nur auf einem Satz und die sind alle sehr ähnlich. Der Satz heißt, Geld allein macht glücklich. Also sozusagen, da geht es nur um Geld umverteilen, von reich zu arm Geld zu schieben. Nur, was macht denn der Heroinsüchtige mit viel Geld? Er kauft sich noch mehr Heroin. Was macht denn der Alkoholsüchtige, der Zigarettensüchtige, der Medikamentensüchtige, der Zuckersüchtige, Süßigkeitensüchtige mit 300 Kilo Übergewicht? Was macht er denn mit mehr Geld? Er wird noch kränker. Er kauft noch mehr Drogen. Also Geld alleine macht nichts glücklich. Und bei der Kommunenlebensweise geht es schließlich ja darum, dass es darum geht, die glücklichstmöglichste Lebensform der Menschheit wieder zu entdecken, das was wir vom Next Scientist for Future als eine urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-Kommunenlebensweise als die größte Glücksquelle, auf die wir genetisch eigentlich geeicht sind, wieder zu entdecken. Also gute Reformen müssen sehr viel mehr tun, als nur Geld umzuverteilen. Es muss ja um Steigerung meiner Gesundheit, meiner Langlebigkeit, meines Wohlstandes und meines Glücklichseins gehen. Und da haben die meisten Konzepte überhaupt keine Aussagen dazu, weil sie dazu auch gar keine Reformideen haben. Und Geld alleine macht eben nicht glücklich. Ja, Herr Wagner, Sie sind dran. Ja, ich bedanke mich. Es ist ein spannender Aspekt, den wir da besprechen. Und ich würde da auch noch gerne drauf eingehen, indem ich dem Herrn Eckenberger sagen würde, in der FRAG-Kultur kann auch diese Frage nicht am Anfang entschieden werden. Also was sind die Entscheidungsstrukturen oder die Konsensformen, die praktiziert werden? Würden wir am Anfang sagen, es ist diese oder jene Entscheidungsformen, auch wenn mehrere möglich sind, hätten wir wieder eine Expertenmeinung einfach festgelegt, ohne sie der bestmöglichen argumentativen Prüfung und Auswahl der Basis anzuvertrauen. Deshalb ist das eine hochspannende Angelegenheit. Also mich interessiert oder fasziniert ja am meisten die, nennen wir es mal, systemlogische Stimmigkeit, Widerspruchsfreiheit der FRAG-Logik. Und dann kann man sich überlegen, was ist denn dann am Anfang der FRAG-Logik gegeben? Das ist eben diese Definition quasi von FRAG, alle Argumente auf dem Tisch und es sollen möglichst nach Argumente Qualität statt Korruptionseinflüssen gehen und dass dann die Basis voll die Entscheidungsgröße ist, die Entscheidungsgruppe. Das heißt nicht an der Basis vorbei, sondern mit dieser Grunddefinition von FRAG geht es an die Basis, an die Wähler. Allerdings kann man eines von den Wählern dann erwarten und ich prophezeie, dass das schon eine ganz spannende Herausforderung wird, nämlich dass die Wähler überhaupt diese FRAG-Logik akzeptieren. Das heißt, dass die Wähler nicht korrupt sein wollen. Denn es könnte sein, nehmen wir an, wir lassen hier die Bundesrepublik Deutschland, also die Bevölkerung hier entscheiden und 100% entscheiden sich für ein Wirtschaftskonzept, was ihnen in den nächsten 40 Jahren mehr Wohlstand bringt, aber die Natur für die kommenden Generationen zerstören würde. Dass ihnen sozusagen das eigene Hemd wichtiger ist, als der Mantel der Kinder der Zukunft. Das wäre etwas, wo sich beides dann beißen würde, nämlich dass es um eine FRAG-Kultur gehen soll und dass es an die Basis geht. Und da könnte man der Basis dann sagen, liebe Leute, nein, das kann nicht so laufen. Ihr sollt die Entscheidungsträger sein, an euch sollt alles hängen, aber nicht, indem ihr euch jetzt zur Korruption bekennt. Das wäre eine Perversion der FRAG-Partei oder der FRAG-Gesellschaft aus ihrem Inneren heraus, aus den Kernprinzipien. Da muss man darauf achten, dass das sich nicht beißt, sondern dass das eine Harmonie ergibt. Und ich bin mir fest sicher, wenn wir das schaffen, dass die Basis alles entscheidet, aber nach FRAG-Logik, also nicht nach Korruptionsvorliebe, dann wird alles andere sich ganz leicht ergeben. Also welche genaue Konsensform die beste ist und dass die Wohlfühlstimme sozusagen eine wirtschaftliche Basisdemokratieform darstellt und auch, dass der glücklichste Zustand der Menschen am Ende so eine aufgeklärte Schenker-Bunnebo-Kommune ist. Ich glaube, wir werden sehr wenig Aufwand damit haben und es wird für so eine FRAG-Gesellschaft sehr leicht sein, diese Schienen zu finden, wenn wir die Harmonie schaffen zwischen den beiden FRAG-Prinzipien und einer daran orientierten Wahlentscheidung der Bevölkerung, also der Basis. Ja, vielen Dank. Genau so sehen wir das auch bei den Next Scientists for Future. Das Zentralste ist das, dass die Menschen sich bewusst entscheiden müssen dafür, dass die FRAG, die freie Argumentekultur, die Demokratie pur, die mit der Wohlfühlstimme ist ja auch das Gleiche ausgedrückt, dass es echte Demokratie geben muss. Und jetzt gucken wir uns auf dem Schaubild an. Das steht für Kommunen, das kann man für die Weltkarte sehen, hier Nordeuropa, Südeuropa, Afrika und so weiter. Und das kann man als Kommunen sehen, ja, also Bonobo-Schenker-Kommunen und so weiter. Und man kann es aber auch jetzt mal so als politische Parteien sehen. Ja, wenn hier in der Mitte eine Partei Mitglieder hat, die einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen, dann hätten wir zum Beispiel von den Next Scientists for Future relativ gute Chancen bei 56 Prozent Ja-Stimmen und 44 Prozent Gegenstimmen zu landen. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Partei systematisch, sagen wir mal, linksradikale oder rechtsradikale Mitglieder hätte? Dann hätten wir wiederum keine Chance. Also die Frage einer, wie, was für eine repräsentative Wählerstichprobe oder nicht repräsentative Wählerstichprobe ist in der Partei versammelt, ist schon auch wichtig. Das würde uns für das Problem setzen, ja, dass wir wirklich sozusagen solche Verfechter der FRAG, wie sie beide, ja, dass sie gucken müssten, dass bei den Mitgliedern der FRAG-Partei oder eben den Mitgliedern der Partei die Basis bei neuen Mitgliedschaften schon geguckt wird, würde das eher einer repräsentativen Wählerstichprobe als Ziel eher schaden oder eher nutzen, wenn wir jemanden aufnehmen, dass das nicht ganz unbedeutend ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn lauter Rechtsextreme in einer Partei sind, dass die trotz der FRAG-Bedingungen bereit wären, zum Beispiel das Next Scientist for Future Konzept zu wählen, weil denen das viel zu wenig diktatorisch und führermäßig wäre. Genauso bei den Linksradikalen, da wäre viel zu wenig Revolution und Gewalt und Herrschaft und Sowjetunion und Stalin und Mao dabei für manche. Und deswegen will ich das nur sagen, dass das eine gewisse Bedeutung hat. Wie sieht die repräsentative Wählerstichprobe aus, die dann konsensiert oder abstimmt darüber, was am Ende ins Wahlprogramm geschrieben wird, es sei denn, man würde die Wähler überzeugen können, ganz ohne Programm, das gab es schon mal, eine Partei ganz ohne Programm zu wählen, es gab tatsächlich mal eine Partei, die wurde aber dann überhaupt nicht leider beachtet, weil sie eben kein konkretes Programm hatte, sondern nur das Konzept, dass man übers Internet zu den Fragen abstimmen kann. Und die hatte auch das Problem, dass dann ja die Bürger gezwungen werden, regelmäßig am Feierabend zu arbeiten und sich den politischen Fragen zu stellen und dann mit abzustimmen. Es hat also die Bürger eher überlastet von ihrer Fähigkeit, Zeit aufzuwenden für Politik. Ich glaube, dass Wähler da nur eine sehr begrenzte Zeitkapazität haben, sondern dass Wähler eben sozusagen am liebsten natürlich ein konkretes Wahlprogramm sehen, über das eine vernünftige repräsentative Wählerstichprobe als Parteibasis abgestimmt hat und dann sozusagen die Wähler das wählen und dann ab und zu alle drei Monate an einem Volksentscheid teilnehmen, alle zehn Jahre mal fünf, vier Stunden Arbeitszeit Opfern für die Teilnahme einer Vorwahl, die dann die Politiker sozusagen unter Druck setzt, wirklich bürgerfreundlich zu arbeiten, sonst kommt nämlich ein neuer Kanzler, neuer Ministerpräsident nach einem Jahr, kommt es zu Neuwahlen, wenn die Leute nicht zufrieden sind mit der Regierung und die Wohlfühlstimme zwingt ja sowieso, beendet ja den Lobbyismus von heute auf morgen und zwingt ja sowieso die Politiker in den Dienst der Wähler und nicht mehr in den Dienst der Konzerne. Wer also sich nicht um die Wähler kümmert, ist dann ja ruckzuck am Ende sozusagen. Ja, von daher würde ich sagen, Herr Eckenberger, Sie sind dran und vielleicht auch nochmal zu der Frage, wie sehen Sie die Bedeutung einer möglichst repräsentativen Wählerstichprobe versammelt innerhalb einer Partei? Denn wenn man ganz ohne Programm antritt, ja ist vielleicht dann geht es uns dann wie der damaligen Partei, die nur diese demokratische Plattform hatte und aber völlig missachtet wurde, überhaupt nicht wahrgenommen wurde von den Wählern. Herr Eckenberger, wie sehen Sie das alles und welche Fragen haben Sie? Ja, sobald ich das einschätzen kann, sehe ich das so, dass es sehr entscheidend ist, also eine repräsentative Wählerschicht zu haben und gleichzeitig bin ich auch fasziniert von der Frage, was passiert, wenn die repräsentative Wählerschicht nicht die nötige Weisheit oder Gesamtbeantwortlichkeit verkörpert und wie ja, also überlässt man ihr dann quasi volksherrschaftlich die Möglichkeit, ja, oder ich meine, wer überlässt überhaupt? Auch als Öffi gesagt hat, Herr Wagner, dass man darauf achten muss, dass die Wähler nach der Fraglogie gehen, also wäre natürlich großartig, aber wie, ja, was macht man, wenn sie es nicht tun und wer macht dann was? Also ich hoffe, Sie haben Konzepte. Danke. Ja, also das Konzept, was wir halt haben, ist eben genau das, nämlich sozusagen, dass jemand wie Herr Wagner und wie Herr Eckenberger, wie Sie beide, die Sie mit vollstem Herzen überzeugt sind von der Frag, darauf achten, nach bestem Wissen und Gewissen und ich sehe im Moment keine bessere Möglichkeit, ja, leider, das ist eine Notlösung, vorübergehend, es braucht jetzt wirklich Leute, die wirklich hundertprozentig an Frag beziehungsweise freier Demokratie pur beziehungsweise echte Basis Demokratie glauben und wissen, wie wichtig das ist und wie unendlich wichtig das für die Zukunft der Menschheit ist und die dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, dieses Mitglied dürfen wir nicht aufnehmen, weil dann haben wir zu viel Rechtslastige in der Gruppe drin oder das und das Mitglied dürfen wir nicht aufnehmen, da hätten wir dann zu viel Linksextreme in der Partei, sondern dass wir gucken, dass man ungefähr ein ausgewogenes Spektrum hat, dass quasi ja letztendlich im Idealfall jeder Teil der Gesellschaft durch einige Personen repräsentiert wäre, das wäre ja eigentlich der wünschenswerte Zustand und ich fürchte, wir kommen nicht, es geht im Moment nicht anders als dass das zwei Personen tun, die es wirklich ernst meinen, die einfach im Kopf nicht korrumpierbar sind, denn wir brauchen dann, wenn wir dann sowas einführen können, dass dann die Wohlfühlstimme oder andere Systeme kommen, dann haben wir ja die echte Demokratie und dann haben wir eigentlich sowas wie die Offenheit für die Frack auf Dauer, aber erst mal muss es eine Partei geben, eine einzige Partei, wo eben jetzt, das würde ja auch funktionieren, stellen wir uns vor im Moment David Claudio Sieber ist ja von den Grünen gewechselt zur Basis Partei, wenn er jetzt im Geiste wirklich überzeugt wäre von der Frack und ganz tief beseelt wäre von der freie Argumente Kultur, Demokratie pur und echter Basis Demokratie, dann hätte es nie dieses Wahlprogramm gegeben, mit dem Sie jetzt bei der Landtagswahl antreten, denn das ist ein eher linksradikales Umverteilungskonzept in vielen Punkten, Geld allein macht glücklich und ansonsten sehr viele gute Absichten, die benannt werden, moralische Appelle, sehr viel Anthroposophie dabei, aber ohne konkret auch nur irgendetwas Konkretes Wählbares, so für die Wähler, aber das Entscheidende ist, dass irgendjemand in der Partei die andere Seite der Experten, die widersprechenden Experten nicht anhören wollte, sich dagegen entschieden hat. Ich habe also etwa zwei Stunden oder eine Stunde telefoniert mit Herrn Sieber, genauso mit Eva Rosen von Wir2020 EU und Herrn Rumberg, irgendjemand muss sich ja innerhalb der Partei gegen zum Beispiel die andere Seite, nämlich die Next Scientists for Future als Experten entschieden haben. Und hätten jetzt diese Personen, Eva Rosen, David Claudio Sieber und Herr Rumberg und so weiter, eine völlig dagegen lautende, nämlich eine echte Frank-Mentalität gehabt, dann hätten sie gesagt, ja, natürlich werden wir in unserem Talk treffen, soll die Next Scientists for Future sich genauso den Fragen unserer Parteimitglieder stellen, wie noch vier, drei, vier, fünf andere Experten und erst dann beginnt so etwas wie ein Konsensierungsprozess der Parteibasis darüber, aber stattdessen haben haben die Leute nicht die FRAG und die Basisdemokratie und das Demokratie Konzept nicht wirklich verinnerlicht, sondern irgendjemand muss sich dagegen darüber hinweggesetzt haben und gesagt haben, ach ne, diese Experten gefallen uns nicht und die Experten gefallen uns und damit ist die Willkür von Anfang an da, Willkür als Beginn eines diktatorischen Partei Zerfalls Prozesses kann man sagen. Wer war jetzt als nächster dran? Ich glaube Herr Wagner, ne? Ja, Dankeschön. Ich würde es so ausdrücken, wenn die FRAG Logik wirklich zum Dreh- und Angelpunkt gemacht wird, dann glaube ich, werden Lawinen freigesetzt. Also das kann wirklich ein vulkanisches Beben der Gesellschaft auslösen. Und die große Problematik ist natürlich, und das dürfen wir ja nicht heimlich machen, also wir wollen ja die Bevölkerung, also die Bevölkerung ist ja die repräsentative Wählerzusammensetzung, die Bevölkerung wollen wir nicht das Licht führen oder heimlich auf irgendwelche Wege bringen, das heißt, wir müssen es offen und transparent machen. Und ja, da stelle ich mal folgendes Szenario vor Augen, stellen wir uns vor, es ist die nächste Wahl und die Frank-Partei geht hin und sagt, wir machen die Korruptionsabschaffung zum Dreh- und Angelpunkt von allem. Wir geben das an euch Wähler. Wollt ihr, dass jetzt Schluss gemacht wird mit diesem Korruptionssystem? Ich sage nicht, dass wir gewählt werden. Ich sage aber, dass wir diese Weichenstellung, die müssen wir auf den Tisch bringen. und wir müssen den Menschen sagen, wenn ihr das wirklich von Herzen wollt und euch jetzt nicht bekennen wollt zur Korruption, dann wählt uns. Und es ist ja dann eine Partei, die nicht keinen Inhalt hat, sondern sie hat an erster Stelle und entscheidend den Inhalt zur Korruptionslosigkeit erreichen zu wollen, freie Argumentekultur, und dass dann alle anderen Punkte eben nicht mehr vorgegebenerweise entschieden sein können, sondern dass all die Inhalte dann in den entsprechenden basisdemokratischen Entscheidungsprozess gegeben werden müssen, mit einem Zentralwerkzeug, wie jetzt zum Beispiel dieser freien Argumenteplattform, also aus einem Forum. Und ich wiederhole nochmal, ich glaube, wenn wir damit durchkämen, also wenn wir bei der nächsten Wahl hinstellen, hier ist jetzt eine Partei, die Schluss machen mit der Korruption, und wir würden gewählt, und wir würden diese Werkzeuge etablieren, dann würden ganz schnell, und sei es als Modellexperimente, also ich glaube, es würde völlig reichen, wenn dann die gesellschaftliche Weiterentwicklung als wissenschaftlicher Prozess verstanden wird, und man es zulassen würde, dass Modellexperimente laufen, mit bestimmten konsensualen Entscheidungsformen, wo ich ja sage, der fundierte Konsens ist das Beste, mit der Wohlfühlstimme, und mit solchen aufgeklärten Schenker-Bunobo-Kommunen. Wenn man das auch nur modellhaft zur Wirklichkeit werden lassen würde, und eine gegen die Korruption entschiedene Bevölkerung schaut darauf, dann brechen die großen Lawinen aus. Und dann ist die Umgestaltung der Gesellschaft in der Weise machbar, wie sie einfach notwendig ist. Ja, vielen Dank. Also, ich fürchte, und ich habe ja nun leider viel Erfahrung auch in der Politik und der politischen Landschaft, das gab es schon, das war damals, die hieß ausdrücklich Partei ohne Meinung, Partei, weil sie eben nur festgelegt war darauf, wirkliche Demokratie zu praktizieren, also Korruption zu beenden, indem die Bürger das Sagen haben, aber eben die Beachtung dieser Partei war nah null, die war ganz nah null. Ich glaube, dass wir vorübergehend einen Kompromiss brauchen. Die Wähler brauchen so klare Sätze wie endlich, endlich soll mein Hausarzt belohnt werden, wenn er mir hilft, nie Krebs und Herzinfarkt zu bekommen. Und das als kostenloses Kursangebot zum Beispiel. Und Sport und Tanz und Singen, Musizieren, Gesundheitskommunen und Healthy Lifestyle Club Angebot. Das ist der Kompromiss, also ein paar konkrete Aussagen, die für die Wähler wählbar sind und gleichzeitig die Idee der Frack und der Demokratie über alles sozusagen. Und dass das dann zum Wahlerfolg führen kann, weil man eventuell nicht beachtet wird, wenn man nur abstrakt sagt, wir wollen die Korruption beenden und dass ihr Bürger und Wähler das Sagen bekommt. Ja, jetzt will ich Herr Wagner kurz melden. Ist das in Ordnung, Herr Eckenberger? Ja. Wir sind da nicht auseinander in dem Sinne, dass man ja all diese konkreten und sehr anschaulichen Modelle mit hineinbringen kann. Man muss nur, wenn man die Frage ernst meint, sagen, das sind jetzt Vorschläge, wie wir das machen können, liebe Basis. Aber natürlich ist dieses eigene Entscheidungsrecht von euch, dass ihr nach den Argumenten guckt und nicht einfach nach vorgegebenen Konzepten. Das ist die Entscheidungsbasis für den weiteren Ablauf. Das heißt, die Partei kann hingehen und kann sagen, wir wollen freie Argumentekultur. Wir haben diese und jene Kristallisationspunkte für den weiteren Entwicklungsprozess. Man kann auch dazu sagen, wir glauben, dass euch das überzeugen wird, wenn ihr dann jetzt nach der freien Argumentekultur mitmacht und mitbeurteilt. Also da ist sozusagen Fleisch auf dem Skelett. Man hat konkrete Konzepte anzubieten, anschauliche Bilder, man kann sie sogar vorleben, wie ich ja selbst sehr stark dabei bin, diese auf Schenker-Bullow-Kommunen vorleben zu wollen. Also man kann Fleisch aufs Skelett bringen, aber die freie Argumentekultur ist das Skelett, wo alle Einzelpositionen von abhängig bleiben und von der Basis aufgrund von Argumenten auch verändert werden könnten oder halt andere Expertenmeinungen der Vorzug gegeben werden könnte und so Ja, also ganz kurz dazu, man müsste den Wählern sagen, diese Gesundheitsreform, wo der Arzt dafür belohnt wird, wenn er ihnen durch kostenlose Gesundheitskommunen, Health-Lifestyle-Club, Kursangebote hilft, möglichst nie Krebs und nie Herzinfarkt zu bekommen, das ist nur eine erste Reformkonzeption, sollte dann aber sozusagen der weitere Verlauf der freien Argumentekultur, die in der Gesellschaft abläuft, zum Beispiel mit, indem dort Demokratie pur, freie Argumentekultur, Talkshows regelmäßig stattfinden, sich ein neues Meinungsbild herausbildet, weil nämlich diese, die Teilnahme an diesen Demokratie pur Talkshows wird vom Bundeswahlleiter in der Liste der Anmeldungen durchgeführt, das heißt, jeder, der wirklich sagt, ich beeide, dass ich ein ernsthaftes Reformkonzept für Deutschland habe, der darf sich beim Bundeswahlleiter anmelden, wenn er dann Quatsch erzählt, weil er dran ist, weil ja jeder, jeder dann das Recht bekommt, in solch einer öffentlich-rechtlichen Demokratie- Talkshow und das öffentlich-rechtliche ist dann völlig werbefrei, dass jeder, der natürlich da Quatsch erzählt, sozusagen, der kriegt natürlich sowas von den Zuschauern natürlich wahrscheinlich nicht freundlich sozusagen in der Wahlentscheidung dann berücksichtigt werden, aber es werden immer ernsthafte Reformkonzepte kommen und die werden dann hochgewählt von der jeweiligen Zufallsstichprobe, die nun mal diese Fernsehzuschauer gerade darstellen und da da übt sich in dem werbefreien öffentlichen Fernsehsendern jeden Tag in einer Demokratie pur, mindestens einer Demokratie pur, freie Argumente, Kultur, Talkshow, werden ständig neue Ideen aufgebracht und die dann irgendwie in Volksabstimmungen die Sieger dieser Prozesse sozusagen in Volksabstimmungen auch vorgelegt werden müssen oder von Kandidaten bei den Vorwahlen dann auch den Siegern der Vorwahlen dann also gegen die bisherige Regierung antreten sozusagen und dann kommt es dazu, dass überall neue Ideen hochkommen in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern bei den Vorwahlen und dann eventuell unsere Gesundheitsreform gekippt wird, weil es eine bessere Konzeption gibt. Das ist sozusagen die Grundidee. Aber das müsste man dann ganz klar machen. Nur, ich glaube, dass man Erfolg nur haben wird, wenn man schon eine vorläufige Sache hat, dass man erst mal schon mal drei, vier, fünf, sechs, sieben miteinander in Disput laufende Experten gehört hat, dann schon mal vorläufig, in Hoffnung, dass die Parteimitglieder ungefähr einer repräsentativen Wederstichprobe entsprechen mögen, hoffentlich, und dass dann ein vorläufiges Parteiprogramm gemacht wird, dass dann aber durch die weitere Entwicklung in den Talkshows, des öffentlich-rechtlichen, den Wahl-Talkshows als Medium sozusagen, und in den Vorwahlensystemen, in den Volksentscheiden wieder korrigiert werden kann, sodass dann das vorläufige Wahlprogramm auch wieder gekippt werden kann. Wenn die Bevölkerung dafür ist, ja, und das wäre so der Kompromiss, den ich vorschlagen würde, weil ich glaube, ohne solchen Kompromiss wird es schwierig. Herr Eckberger, bei Ihnen die nächste Frage, die nächsten Ideen, und bitte wieder schön nah ans Mikro. Ich übergebe dem lieben Herrn Wagner, der schien sprechfreudig. Nur noch kurz, also ich würde einen Formulierungsvorschlag machen, wo ich denke, dass wir den gemeinsam so sehen könnten. Die neue Partei fußt entscheidend auf der bedingungsfreie Argumentekultur, davon wird alles abhängig gemacht. Wir schlagen aber folgende Punkte vor, von denen wir festglauben, dass sie herauskommen werden bei der Logik von freier Argumentekultur. Dazu gehören Reformkonzepte wie die Wohlfühlstelle, dazu gehören Konzepte wie ein fundierter Konsens als Entscheidungsmethode, dazu gehört eine aufgeklärte Schenker-Bundung Bonobo-Kommune als naturwissenschaftlich fundierter Glückszustand oder Glücksdimension der Menschen. Und dann hat man das. Zumindest als Experiment. Zumindest als Experiment. Das ZEG heißt ja Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Also das gehört dann als Konzept und die Ärzte werden sich vielleicht Gedanken machen, dass sie die Bonobo-Schenker-Kommunen ausprobieren, ob da die Leute nicht doch noch gesünder und noch glücklicher werden und sie dann noch dienen. Ah genau. Das heißt, wir haben die freie Argumentenkultur, wir fügen die Vorschläge hinzu, von denen wir überzeugt sind, dass sie dabei auch rauskommen werden, stellen es aber immer unter die Bedingung, dass die Bevölkerung auf der Basis der freien Argumentenkultur sich auch ganz anders entscheiden könnte, wenn unsere Vermutung nicht stimmt, dass das so rauskommt. Ja, also zum Beispiel auch mit einem Volksentscheid das Ganze wieder kippen könnte und weil nämlich vielleicht in den Fernsehtalkshows ganz neue Reformer aufgetaucht sind mit noch überzeugenderen Argumenten und so weiter. Aber eben, dann hätten wir den Kompromiss, wir haben bestimmte konkrete Reformen als ein erstes überzeugendes Angebot an die Wähler, aber eben mit dem Hinweis, dass das Entscheidende ist, dass auch darüber, ob diese Reformen genauso bleiben, wie sie bis jetzt angedacht sind, am Ende die Wählerinnen selbst entscheiden dürfen. Ihnen alle drei Monate ein Volksentscheid, da kann man ja viele Punkte abfragen, da haben die Leute drei Monate Zeit am Stammtisch darüber zu diskutieren und alle zehn Jahre nimmt man mal teil an vier Stunden an einer Bürgerwahl, in einer Vorwahl, in einem Bürgerhaus und dann nimmt man noch an den normalen Wahlen teil und dann hat man noch eventuell, wenn es nicht gekippt wird von den Bürgern, noch die Wohlfühlstimme als ständige Wahlstimme und darüber steuern die Wähler, die Politik und die Wirtschaft. Ja, nur als letzte Anmerkung noch, auch diese von dir jetzt schön genannten Entscheidungsmöglichkeiten sind etwas, was natürlich in der freien Argumentenkultur, wie gesagt, also welche Entscheidungsform ist die beste und was will man da herauskristallisieren, auch das wird zur großen geistigen Werkstatt der gesamten Gesellschaft mit Experimenten, die wissenschaftlich begleitet werden und so. Also eine Klärungsebene, die mir da ja ganz wichtig ist, ist eben dann so ein Faktforum, was am Ende aus meiner Sicht sich hin entwickeln würde, wenn es ausreichend barriere- und zensurfrei gestaltet werden kann, so eine Art Wikipedia als Verantwortungsnabe der Menschheit. Aber das sind alles Dinge, die man auch so aufnehmen könnte, als Experimente dann von der Wissenschaft begleitet und wo sich herausstellen könnte, was entspricht jetzt am ehesten der ganzheitlichen Verantwortungsentwicklung der Menschheit, die vor dem Faktprinzip bestehen kann. Genau. Und vielleicht nur noch eine Anmerkung, bevor Herr Eckenberger dann wieder gefragt ist, vielleicht was zu sagen. Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen. Ich habe lange nachgedacht über die Bürgerparlamente der Ökonomie von Mankind. Und wo sehe ich da den großen Schwachpunkt? Den Wählern zu kommen und ihnen zu sagen, dass sie eventuell, die Leute sind ja noch im normalen Hamsterrad drin, dass sie eventuell alle Karrierechancen für einen Monat riskieren sollten, indem sie, damit sie überhaupt als Wähler gehört werden, einen Monat in einem Bürgerparlament bereit sind, zu arbeiten, egal wie viel Geld sie dafür kriegen. Aber die Karrierechancen, die da vielleicht entgehen, dadurch, dass man einen Monat aus seinem Betrieb raus ist und die Karrieremöglichkeiten eventuell an einem vorbeigehen. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, ein Konzept zu haben, wo der Bürger sagt, ich arbeite zehn Stunden am Tag in meinem Beruf und soll danach noch drei Stunden jeden Abend in der Politik arbeiten. Mir reicht das, wenn ich eine solche Talkshow sehe und dann mal auf den Knopf drücke und wähle, welchen von den Reformern und wessen Reformkonzept ich für das Beste das Abends halte, das ist nicht zu viel verlangt. Und ab und zu mal einen Volksentscheid und ab und zu alle paar Wochen meine Wohlfühlstimme zu verändern, weil sich was Grundsätzliches in meinem Leben verändert hat, das geht alles innerhalb von Minuten. Und wenn ich zur Wahl gehe, dauert das eine Stunde hin und zurück zur Wahlkabine sozusagen. Damit kann ich als Wähler leben, aber bloß nicht den Fehler machen, zu sagen, die Bürger sollen von morgens bis abends für Demokratie arbeiten. Ich glaube, die Bürger bestehen auf einer Arbeitsteilung, dass sie zwar ihren Teil immer tun, aber dass es auch Leute geben muss, die das dann in konkrete Reformen umsetzen in den Ministerien, dass das schon auch nötig sein wird. Oder wie sehen Sie das, Herr Eckenberger? Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht und ich muss gestehen, ich bin auf anderen Gründen nicht vollkonzentrationsfähig, aber ich bin bereichert dennoch von dem, was ich hier mitkriege und ich würde eher das Wort wieder weitergeben, ehrlich gesagt. Danke, aber. Ja, Herr Wagner. Ja, also ich glaube, das Problem wäre natürlich relativ leicht lösbar, wenn man sagt, die neue Gesellschaft startet mit einem unbezahltem, vierwöchigen Urlaub für alle. Aber ich lasse das nur offen jetzt, welche Form man da wählen will. Sicherlich, wenn man im Moment das Geld mit vollem Händen rausschmeißt für Corona-Unsinn, dann ist es natürlich so, dass man den Leuten auch seinen unbezahltem Urlaub leisten könnte. Man müsste nur den Milliardär ein bisschen was abziehen. Also das wäre jetzt nicht so, dass sie dann auch Zahnfleisch riechen würden, um den unbezahlten Urlaub so zu machen. Das wäre weniger als... Ganz kurzer Einwand. Ganz kurzer Einwand. Was machen Sie mit den Feuerwehrleuten, die dann kein Wahlrecht haben, den Krankenschwestern, die dann kein Wahlrecht haben? Also alle, die Notdienst machen müssten, die hätten dann quasi kein Stimmrecht und kein Wahlrecht. Das meine ich. Da kommen die Probleme. Deswegen sage ich, es muss im Alltag ohne Zerstörung des Alltags möglich sein, mitzuentscheiden. Ohne Zerstörung des Alltags, da sind wir ja völlig einig, die Leute müssen eher besser leben können als schlechter, dadurch, dass sie jetzt anfangen, eben zu Demokraten zu werden oder zu mündigen Menschen erst mal. Aber trotzdem muss ja die Frage dann gestellt werden, was bedeutet es, so ein demokratischer, mündiger Mensch zu werden? Und ich glaube, dass wir alles möglich, zum Beispiel auch die Feuerwehrleute, und Krankenschwestern, dann können wir das schichtweise. Dann machen erst die erste Schicht den vierwöchigen Urlaub und danach die anderen den vierwöchigen Urlaub. Und alle könnten sich aber so damit beschäftigen, was heißt es jetzt, demokratisch und mündig zu werden als Mensch? Ich sehe die entscheidenden Fragen auch mehr gar nicht so darin, wie kann man den Leuten den Aufwand ermöglichen? Weil ich glaube, dass wenn die Lawine erst mal freigesetzt würde, dass die freie Argumente-Kultur gelten sollte und die Bürger bekommen hier den Anspruch vorgesetzt, dafür müsst ihr aber auch bereit sein, euch gegen die Korruption zu entscheiden, auch in eurem persönlichen Leben. Ihr müsst euch entscheiden, nicht korrupte Menschen werden zu wollen. Ich glaube, das ist gar nicht so ein Riesenaufwand zu verstehen, worum es geht oder was das für Prozesse sind. Ich glaube, es ist mehr eine Frage der Bereitschaft als Aufwand. Und ich sage nur ein Stichwort eben, wir haben ein wissenschaftliches Konzept für menschliche Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Das ist in der Entwicklungspsychologie wie das Post-Conventional-Level. Kennt nur keiner und beschäftigt sich keiner damit. Also sicherlich, und das ist das ein Konzept, was gerade sagt, wir dürfen nicht blind irgendwo hinterherrennen, also nicht blinde Autoritätsgehorsam und so, all das, was uns als Gefahr das Milgram-Experiment vor Augen gestellt hat, sondern wir müssen selbst immer mal überlegen, was sind unsere grundlegendsten Verantwortungswerte und danach müssen wir prüfen, auch wenn wir Autoritäten anerkennen würden. Also so etwas wie das Post-Conventional-Level müsste überhaupt ins Bewusstsein der Menschen gebracht werden und sie müssen bereit sein, sich für solche Dimensionen zu öffnen. Da brauchen sie keine vier Wochen Urlaub, sondern mit der entsprechenden Aufgeschlossenheit des Herzens brauchen sie zehn Minuten. Und auf die Art und Weise glaube ich auch da, dass die Lawine richtig ins Rollen kommen könnte. Ja, ich glaube also, dass da gar nicht viel nötig ist, weil zum Beispiel all die Mitglieder, die in der Basispartei Mitglied geworden sind, die wollten ja eigentlich ein Ende der Korruption und wollten ja eigentlich, dass also sozusagen eine völlige Offenheit für alle Argumente, die auf den Tisch zu kommen hätten, sein wollte. Nur das Dumme ist, dass diese Leute nicht so aufmerksam waren und nicht gesehen haben, dass die Oberen der Partei schon längst schon wieder vorgefiltert haben und dass denen auch gar nicht mitgeteilt haben, dass sie vorgefiltert haben und damit sozusagen schon wieder eigentlich in eine bestimmte Richtung die Partei gelenkt haben durch Beengung, Verengung des Debattenraumes. Dass also das eigentlich die Todsünde in einer Gesellschaft ist die Verengung des Debattenraums und ich habe es ja vorhin gleich zu Beginn gesagt, ich mache das gerade noch mal auf. Ich muss das noch mal präsentieren hier. Ganzer Bildschirm, zweiter Teilen. Ja, dass genau das Dilemma unserer Kultur ist, dass sozusagen der Debattenraum unzulässig verengt wird, weil die Politik grundsätzlich nur mit Experten spricht, zum Beispiel, ich mache jetzt mal einen Scherz, sie fragt McDonalds-Experten, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht. Sie fragt Impfkonzerne, wenn es um die Frage des Immunsystems und der Immungesundheit der Bevölkerung geht. Also eigentlich absurder geht das nicht, aber weil sie eben den Debattenraum verengen darauf, weil sie immer unterstellen, alle sind Engel, alle meinen es gut, all die Konzerne, die uns Parteispenden geben, meinen es gut und es gibt da keinen antikooperativen Anteil und deswegen brauchen wir auch nur solche Experten zu hören und können alle anderen Experten grundsätzlich von der Debatte ausschließen. Und genau das ist der entscheidende Gedanke, dass die Bürger sehen müssen, ja hoppla, die Verschwörungstheoretiker übertreiben es vielleicht ein bisschen, die sehen überall kriminelle Lügner und kriminelle Lügen. Der Mainstream übertreibt das nach der anderen Seite hin, der sieht überall nur Engel, der sieht überall null, null, null Schlechtes, überall sind nur Engel am Werk. Schauen wir uns die Berichterstattung der letzten Jahre an, dann ist ja alles, die Pharmaindustrie ist der größte Engel aller Zeiten, Ärzte sind die größten Engel aller Zeiten, Vollgötter in Weiß und so weiter. Und die Next Scientist for Future sagen, wir müssen den Mittelstandpunkt einnehmen. Es gibt die kriminellen Lügner, auch in den Konzernen und dafür müssen wir offen sein. Es gibt aber auch die, die sich irren und vorteilbringende Irrtümer haben und wirklich glauben, dass Impfungen das einzige Mittel der Wahl sind und damit dann Milliarden verdienen, aber auch verdienen, denken sie hätten das zu Recht verdient, weil sie sehen keine anderen Möglichkeiten, das Immunsystem der Bevölkerung zu stärken, außer ihre Impfungen. Die sehen weder gesunde Nahrung, ungiftige Luft, ungiftige Nahrung, ungiftiges Wasser, Bewegung und immunstärkende Aspekte, eventuelle Nahrungsergänzungsmittel, all diese Möglichkeiten sehen sie gar nicht, sondern die Impfkonzerne sehen als vorteilbringender Irrtum, das Einzige, was uns retten kann, ist die Impfung und so und dass jetzt die Wähler verstehen, die WählerInnen verstehen, dass wir den Debattenraum unbedingt offenen müssen, immer unbedingt die andere Seite, die Gegenstimmen hören zu müssen, damit wir nicht in der Welt bleiben, diese Einseitigkeit, alle meinen es immer nur gut, alle sind Engel und damit wir nicht immer nur eine Sichtweise der Welt sehen und hören und das ist das A und O, ja, denke ich. So, wer möchte? Herr Eckenberger, Sie können jederzeit reinspringen. Also, ich kann das mal übernehmen und kann das bestätigen. Also, wir sind da voll beieinander mit dieser entscheidenden Grundrichtung, die jetzt heute aufkommen muss und im Grunde genommen sind wir wirklich in einer derartigen gesellschaftlichen Umbruchssituation, dass es jetzt alles oder nichts quasi heißt bei der Frage, wie diese Grundweichenstellungen eingestellt werden können. Es ist so, dass eben wirklich im Moment die Gefahr, dass man blind den falschen Leuten hinterherrennt, Leuten, die einen willkürlich steuern wollen, diese Gefahr war immer verheerend in der Menschheitsgeschichte, aber in der heutigen Zeit, wo die Möglichkeit besteht, mit den modernen digitalen Techniken die Menschen dauerhaft dann unter Kontrolle zu bringen und dauerhaft willkürlich fehlleiten zu können. Da muss dieser Prozess jetzt entstehen, dass die Menschen aufwachen und dass sie sehen, wir dürfen nicht blind Leuten hinterherrennen, die uns vielleicht willkürlich in die Irre steuern. Also, die Willkürregimes müssen durchbrochen werden mit echter Demokratie, mit freier Argumentekultur und wie du richtig gesagt hast, Dylan, eigentlich werfen das alle Seiten sich im Moment gegenseitig vor. Also, die sogenannten Corona-Leugner sagen, dass die Massenmenschen der Propaganda der Regierung hinterherrennen und sich dadurch fehleiten lassen. Die Regierung, der Mainstream, werfen diese sogenannten Corona-Leugnern vor, dass sie sich durch irgendwelche Verschwörungstheoretiker, Esoteriker oder Rechtsradikale instrumentalisieren lassen. Das heißt, alle Seiten werfen sich vor, ihr lasst euch korrumpieren. Und dementsprechend müssten eigentlich alle jetzt, wenn sie ehrlich sind, auch mit Begeisterung zustimmen, wenn man sagt, dann lasst uns das Korruptionssystem beenden und es durch ein echtes Wahrheits- oder Argumente- oder Demokratiesystem ersetzen. Ja, das ist eben genau der entscheidende Punkt. Und ich fürchte, die Politiker der Altparteien haben alle eins gemeinsam. Sie sagen, wir haben Recht, alle Konzerne sind Engel, auch die Impfkonzerne, auch die Impfkonzerne sind von vornherein Engel, Ärzte sind grundsätzlich Engel, gucken wir uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen an, da tauchen Ärzte nur als Engel auf. Völlig selbstlos, ohne finanzielle Interessen, ohne finanzielle Fehlanreize, all die Fehlanreize, niemals operiert ein Arzt, nur das Geld deswegen und nicht das Patienten wegen, das gibt es alles nicht. Alles, was beklagt wurde an Missständen im Gesundheitswesen seit fünf Jahrzehnten, gibt es nicht, sagt das öffentlich-rechtliche Fernsehen und sagt die Politik. Es gibt da keine Probleme und genau deswegen brauchen wir eine neue Partei. Das könnte die Basisdemokratische Partei die Basis sein, das könnte wir 2020 EU oder noch besser DE sein, weil die ja schon wir 2020 DE dieses Orga-Team Hamburg hatte ja die Offenheit bewiesen dafür, indem sie verschiedene Experten angehört hat und deren gegensätzliche Argumente gehört hat und genauso haben wir jetzt mit dem Orga-Team der FRAG-Partei auch wieder ein Orga-Team, das dann dafür stehen würde, aber wir brauchen am Ende entweder, also deswegen meine Bitte, wir hatten ja vorhin gesagt, dass es sehr schwierig ist, die Unterschriften zu sammeln für eine Wahl, wenn man nicht Promis dabei hat, dann wäre doch der Weg, dass das Orga-Team der FRAG-Partei vielleicht sagt, wir nehmen ganz gezielt immer wieder mit der Basis Kontakt auf, da gibt es auch übrigens Termine, an denen man teilnehmen kann, Online-Termine, genau wie jetzt heute, mal schauen, auf der Homepage der Basis-Partei gibt es also, die machen mittwochs abends sowas wie Kneipen, also so Talk-Kneipen online, Samstags machen die sowas, Sonntags machen sie sowas und das ist angeblich offen für alle, ich musste dann nur feststellen, dass es eben doch nicht für alle offen ist, weil dann eben doch irgendwelche Leute sagen, nein, die und die neuen Reformkonzepte wollen wir gar nicht zulassen und da ist jetzt der Punkt, Sie beide müssten jetzt also quasi ständig mit wir 2020 EU und die Basis Kontakt aufnehmen und dann können wir nur hoffen, dass es gelingt, dass eine der beiden Parteien sich an diesen basisdemokratischen freier Argumente, Kultur, Demokratie pur sozusagen an diesen Kodex rückbesinnt darauf und sagt, ab jetzt nehmen wir es wirklich ernst, wir haben bis jetzt Willkür gemacht für die Landtagswahl Baden-Württemberg und bevor wir da scheitern, fangen wir es jetzt an ernst zu nehmen. Ja, Herr Eckenberger? Sie haben ja mit dem Herr Silberschreiner, wie er heißt, der Herr von den Grünen, haben Sie telefoniert lange? Sieben. Sieber. Ja, genau, danke. Wie hat der denn reagiert auf Ihre Bemerkung, dass die scheinbar diese freie Argumente Kultur verlassen? Das Dilemma ist, das Telefongespräch war äußerst konstruktiv und er war auch ganz angetan von der Idee, dass der Weltrat und die Next Scientists for Future der Partei als einer von mehreren Experten von wegen andere Seite hörend, kostenlos, unentgeltlich zur Verfügung stehen und die gesamte Partei dabei begleiten könnten. Das war total positiv, das Telefongespräch. Aber ein paar Wochen später tauchte ein Wahlprogramm auf, in dem wir überhaupt keine Rolle gespielt haben, sondern das aus meiner Sicht unwählbar sein wird bei der Landtagswahl, das also ein Fiasko auslösen wird. 2% bis 4,8% rechne ich mit. 2,6% hatte Michael Ballweg in Stuttgart, also 2,6 bis 4,9% mehr sehe ich nicht als Chance und dann ist so eine Partei kaputt, weil die Wähler nicht noch einmal ihre Stimme riskieren werden, an eine Partei zu geben, wo sie im Prinzip verloren geht und eigentlich die Parteien, die sie nicht wollten, dadurch gestärkt heraus hervorgehen. Wenn ich dann nochmal 5%, 4,9% nochmal im Mülleimer landen, dann werden immer die Gegenparteien umso stärker und genau die, die man nicht wollte, die werden dann immer stärker und das ist das Dilemma des Ganzen, dass der Sieber auf meine, also auf Kommentare, die unter seinen Auftritten waren und die ganz klar gesagt haben, Leute, ihr verlasst gerade die FRAG, ihr verlasst die Basisdemokratie, ihr verlasst die FRAG und damit habt ihr alles Entscheidende verlassen. Ihr seid auf dem Weg dazu, dass einzelne Personen alles entscheiden und das solltet ihr korrigieren und natürlich wie immer darauf keine Reaktion. Herr Eckenberger? Also ich kann mir vorstellen, dass ein Telefonat mit ihm viel ausschlussreicher wäre. ich habe ihn natürlich angemählt und versucht anzurufen und anzumählen, um an das vorherige Telefonat anzuknüpfen, ohne Ergebnis. Es kommt dann einfach wie bei Frau Merkel, wenn ich das bei Frau Merkel versuchen würde. Ich habe sogar mit dem Kanzleramt gesprochen, weil wir als Weltrat ja einen gewissen Standing haben da, aber man kriegt dann nie einen Rückruf, da passiert nie irgendwas. Auch bei allen Parteien, mit denen wir geredet haben, die sagen, das sind ganz tolle Reformkonzepte, aber am Ende sagten uns auch die Mitarbeiter der Grünen, die Mitarbeiterinnen der Grünen nach stundenlangen Gesprächen melden uns dann zurück. Der Versuch, das an die obere Parteiebene zu bringen, war erfolglos, weil man dort überhaupt keine Zeit hat und Lust hat, sich mit irgendwelchen anderen Sichtweisen zu beschäftigen. Also von daher, wir brauchen eine neue Partei und wenn jetzt die Basis und wir 2020 wirklich total scheitern, womit ich rechne, weil ich das Wahlprogramm wie gesagt für unwählbar halte, von normalen Wählern jedenfalls unwählbar, kann ich euch genau erläutern, wir haben da viele Sendungen drüber gemacht, dann müsst ihr einen Weg finden, diese FRAG-Partei, denn sozusagen das Ziel ist ja, dass das Kommunenleben, das jetzt ja quasi einen einzigen Feind hat, nämlich die gesamte Restgesellschaft in gewisser Weise, dass wir endlich die Bedingungen schaffen, dass Kommune wieder für einen Teil der Gesellschaft zum Normalfall wird, ja, weil die Leute in der Gesundheitskommune schon anfangen zu sagen, wie schön ist es doch mit anderen Menschen, mit Mediatoren, der Arzt als Mediator und so weiter, wieder friedlich und liebevoll zusammen zu sein, da will ich doch mit anderen zusammen ziehen eventuell und so weiter, ja, dieser Weg, dass also Kommune vielleicht für 10, 20, 30, 40 Prozent der Bevölkerung dann zum Standard wird, Wohngemeinschaften gibt es überall auf der Welt, mehr Generationen Wohngemeinschaften, aber dass echte Kommunen, Bonobo-Schenker-Kommunen der Normalfall werden, das könnt ihr nur erreichen, wenn ihr auch auf das zweite Bein euch stellt, die FRAG-Partei, falls die Basis und wir 2020 endgültig als diktatorische Parteien versagen und das Basis demokratisch endgültig an den Nagel gehängt haben, weil einige drei, vier, fünf Leute ihr Denken durchsetzen. Dem kann ich vollzustimmen. Ja, was meint ihr? Sollen wir diese Sendung, den offiziellen Teil beenden? Weil wir haben jetzt, glaube ich, wir sind jetzt für die Wähler nicht, für die Zuschauer nicht zu sehr extrem. Moment. nicht zu extrem weggegangen von dem, was die Zuschauer interessieren kann, denn ich glaube, dann in weiteren Sendungen sollten wir uns auf die konkreten vorläufigen, wir haben ja heute rausgearbeitet, vorläufigen Parteiprogrammspunkte konzentrieren, die den Wählern schon mal einen Vorgeschmack geben könnte, dass eine FRAG generell, eine Demokratie pur, eine echte Basisdemokratie auch konstruktive, gute, tolle neue Reformvorschläge bedeuten kann, die wirklich deutlich besser sind als das bisherige und dass wir damit sozusagen ja etwas anzubieten haben, was die Wähler wirklich konkret wählen können, wo sie sich auch schon mal was vorstellen können, was kommt denn bei der FRAG heraus, erste Zwischenergebnisse, zum Beispiel die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsreform, die Ernährungssystemreform und, und, und. Ja, und ich sage immer so, was die Wähler am meisten begeistert hat bei der simulierten Bundestagswahl war gewesen, dass sie die Vorstellung davon bekommen haben, dass ihr Arzt endlich nicht für den Verkauf von möglichst vielen Impfungen, Operationen, Chemotherapien und Igelleistungen belohnt wird, sondern wenn er ihnen hilft, dass sie nie Krebs und nie Herzinfarkt bekommen, dafür wird er belohnt und dadurch wird er zu meinem Freund, der Hausarzt wird zum besten Freund des Wählers und sowas überzeugt, wenn man sowas im ersten Anlauf in Kombination mit der Frakkultur, der freien Argumente Kultur liefert, dann hat man eine Chance, dass man wirklich beachtet wird. Und wie gesagt, ich sage immer, mein oberstes Motto ist, wenn irgendjemand kommt und viel bessere Reformen hat als unsere, dann müssen doch die umgesetzt werden und unsere Reformen von den Wählern abgewählt werden. Das ist dann auch gut so. Ja, was sagen wir dazu? Also ich danke, ich denke auch, die Sendung ist ziemlich rund geworden, also da kann ein Zuschauer wirklich was draus nehmen und vor allem kann er Hoffnung bekommen, dass es noch eine Entwicklung geben kann, die dahin führt, dass erst die Befreiung von der Korruption uns ein freies und erfülltes und glückliches Leben möglich macht und auch die Wege zu finden, die uns dann immer glücklicher machen können. Wobei die Korruption schon damit beginnt, dass drei Leute in der Partei sagen, die und die Experten hören wir erst gar nicht und die stellen wir der Parteibasis erst gar nicht vor. Das ist schon der Anfang der Korruption und damit das Ende der Basisdemokratie, das Ende der freien Argumentekultur und so weiter. Ja, vielleicht noch Herr Eckenberger Ihr Schlusswort für heute. Ja, danke sehr. Ja, also ich kann eigentlich nur noch mal sagen, dass es für mich extrem faszinierend ist, die Frage immer tiefer kennenzulernen und zu versuchen, sie weiter zu treiben. Tut mir leid, dass ich so unkonzentriert war und ich kann nicht genauer abschätzen, ob wirklich der Parteiweg für mich der richtige ist, aber ich finde es wertvoll, das gemeinsam durchzudenken und rauszufinden, was denn theoretisch das Richtigste wäre, wenn ich unendlich diszipliniert und so weiter wäre. Ja, und vielen, vielen Dank für jede, ja, für sein. Ja, dann beende ich hiermit diese Talkshow Demokratie pur. Ich bringe nochmal das Schlussbild, ganzer Bildschirm, das Schlussbild und unser Anfangsbild, ich hoffe, man sieht es. ja, das heißt, diese wissenschaftliche Tagesschau heute, diese Demokratie pur Talkshow, freie Argumente Kultur, echte Basis, demokratische Gesprächskultur, bisschen ungeordnet heute, aber ist alles ein bisschen anders gekommen, als wir dachten, aber unsere Hoffnungen sind jetzt, hoffentlich gelingt es die Basis oder wir 2020 endgültig zu überzeugen, zum konsequenten Einhalten der freien Argumente Kultur oder es muss dann doch eine Frack Partei geben, aus dem Orga-Team heraus und ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler doch so Andeutungen auch praktischer Reformen mitbekommen haben, weswegen sie sagen, ja hoppla, vielleicht bringt uns ja wirklich eine neue Frack Partei oder eine echte Basis demokratische Partei, dann wirklich auch die entscheidenden neuen Reformen auf den Tisch, die einen Kompromiss finden zwischen übertriebenen Verschwörungstheorien und übertriebener Naivität, alle sind Engel, alle Konzerne sind Engel und die Verschwörungstheoretiker, alle Unternehmensleiter sind Verbrecher. Das sind ja die zwei Extrempole und vielleicht finden wir dann zu einer Mitte zurück, es gibt verbrecherische Anteile in Unternehmen, es gibt aber auch sehr viel vorteilbringende Irrtümer, dass die Leute wirklich glauben, die Zuckerkonzerne wirklich glauben, Zucker sei ein gesundes Lebensmittel und dass wir uns von der naiven Weltsicht genauso verabschieden wie von der extremen Verschwörungstheorie und indem wir nämlich immer beide Seiten hören und immer alle Argumente für beide Seiten hören und dann zu einer vernünftigen Mitte zurückfinden. Ja, können wir es so beenden? Alle mit einverstanden? Dann stoppe ich jetzt die Maschine die Aufnahmemaschine Moment, die Maus Na, wo ist die Maus? Da ist die Maus. Jetzt können wir beenden. Auf Wiedersehen! Bis zur nächsten Talkshow! o? -